Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin ToxicWelven und wir spielen heute Dessana, die Maske des Zorns. Das hier ist meine dritte Aufnahme. Vorhin ist ein bisschen was in die Hose gegangen beim Speichern meiner Aufnahme. Deswegen spiele ich das jetzt hier nochmal. Und für euch könnte es jetzt so aussehen, als ob ich hier den Lehrer raushängen lasse. Ja, ich kenne das jetzt hier eben halt. Ist ein bisschen blöd, aber kann ich leider nichts für. So, von bin ich vorhin direkt da hinten hingelaufen. Ich muss das hier mal ein bisschen leiser auf meinem Headset machen. Bisschen laut. Okay. So, dann wollen wir mal zu ihm. Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Sledger. Er will reden. In der Destillerie. Hab ich schon gehört. Wir halten es da drin nicht mehr lange aus. Haben Sie davon, wenn Sie was aus der Destillerie klauen? Das vergiftete Elixier ist mieses Zeug. Ich muss mir hier gleich mal eben was aufschreiben. Ich muss mir hier gleich mal eben was aufschreiben. So, der gute Mann sitzt hier. Ja, wer war das denn nur? Ich habe in der Destillerie gefangen. Der Rest treibt sich auf der Straße rum. Da dem so ist, fehlt es mir jetzt an ein paar fähigen Leuten. Und so habe ich jetzt vielleicht was für dich zu tun? So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Sledger kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht wo. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut erwacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die pendelten Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür. Wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Hm. Jemand, aber ich weiß nicht wer. Tötet meine Männer, bildet in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauch ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Ja, dann wollen wir mal eben gucken nach den Aufgaben. Gut, da wollen wir zuerst hin. So, ich muss mal eben eine Notiz machen. So, dann würde ich sagen. Ja, räusper dich noch ein paar Mal. Nicht, dass das nervt. So, aber hier. Nehmen wir noch mit. Ja, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen blöd wegen der Aufnahme. Deswegen kenne ich das jetzt hier schon. Ist ein bisschen doof. Die Aufnahme war eigentlich schon fertig vorhin. Aber als ich dann an meinem Notebook das erste Video schon mal schneiden wollte, ist mir dann aufgefallen, dass ich hier irgendwie Tonprobleme habe. Oder hatte. Hoffentlich hatte. Ich habe jetzt hier keine Testaufnahme gemacht. Ich will hoffen, dass ich alles wieder vernünftig eingestellt habe, wie sich das gehört. So, ja, das hier ist noch ein Knochen-Artefakt. Ja, wie gesagt, das Video war eigentlich schon fertig. Deswegen nicht wundern, dass ich da jetzt schon weiß, dass es hier war. Na ja, schön zu wissen, dass ich mich hier genauso blöd anstelle mit dem Teleporten wie vorhin. Das ist doch wenigstens mal was. Da bin ich wenigstens konsequent bei. Ja, ich habe das lange nicht gespielt. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt hier wieder ein bisschen reinkomme. Ja, mit dem gebe ich mich gar nicht erst ab. Habe ich vorhin auch nicht gemacht. So. Komm mal jemand hierher! Ich schlitz dich auf und entsorg dich im Fluss. Ähm, gut, hier weiß ich, werde ich gleich von drei Ninjas überfallen. Nein, das weiß ich ja jetzt. Deswegen. Und ja, es sind drei. Ups. Du kennst wie ein Schulmädchen! Höhöhöh. Das wäre erledigt. So. Ja, vorhin in der Aufnahme lief das etwas anders. Da bin ich tatsächlich überrascht worden. Nicht nur überrascht, sondern auch getötet worden. So. Ähm. Dann wollte ich jetzt genau da hinten. Ähm. Will ich, glaube ich, mal hin. Was haben wir denn hier noch? Ach. Hier haben wir noch. Money! Money, money! Okay, hier war ich vorhin nicht drin. Was haben wir hier noch? Gibt es hier noch was? Das hier nehmen wir noch mit. Gut. Noch mehr Essen brauchen wir nicht. Gesundheit ist voll. Dann gehe ich hier raus. Okay. Okay. Zack. Habe ich gerade auch so gemacht. Zack. Ups. Ach, das glaubst du nur, mein Freund. Hier ist alles gut. Ich weiß, dass du hier bist. 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 Wer hat da ist. Die. Ich will nach Wäschchen erfüllen. Die Fliegenkraft werden verschafft. Sie ersinnen neue Wege, um die Elemente zu beziehen. So... Oh nein! Ja, die Rotte wollte ich nicht töten. Die wollte ich eigentlich übernehmen. So, dann will ich jetzt da rüber. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ok, das Buch. Ja, wie immer. Ich blätter hier durch. Ihr könnt Pause machen. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Über ein Abo freue ich mich. Daumen nach unten sind auch in Ordnung. Bei den Daumen nach unten habe ich nur die Bitte. Schreibt mir in die Kommentare, warum ihr mir einen Daumen nach unten gegeben habt. Was? Sie zahlen dir Münzen? Haha, mein soll's in Flaschen. In Flaschen? Du Glücksfels. Ja, jeder bekommt das, was er verdient. Ich sage es dir nicht. Ok. Da ist aber einer neugierig. So, den kaufen wir uns eben. Jetzt knüpfen wir uns den anderen vor. Auch hier bin ich vorhin genauso vorgegangen wie jetzt. So, dann. Ey! Ey! Verhindern mich allerdings die Ratten in Ruhe gelassen. Die Ratten in Ruhe gelassen. Alter! Vor gar nicht lange Zeit war dann so lange stolze Stadt. Ja, immer wieder los. Guck. Zack. So. Äh.. Ne, hier müssen wir nach oben. Genau. Wir müssen noch weiter hoch. Oh nein! Ja, das hat dich vorhin allerdings besser gemacht. Da bin ich tatsächlich mit der Ratte bis unter den Tisch gekommen. Da konnte ich mich verstecken. So, dann holen wir uns den Kram. Und den Kram. Hier haben wir nochmal ein Buch. Ihr könnt wie immer Pause machen. So, dann brauchen wir jetzt das hier. Und ich habe mal wieder meinen Timer vergessen zu stellen. Ach, das lerne ich auch noch. Meinen Timer zu stellen. Was liegt denn da? Gut, dann gehts wieder die Treppe runter. Hier war nichts mehr richtig. Oder war hier noch was? Ne, dann gehen wir runter. Dann gehen wir runter. Dann möchte ich hier raus. Ich will hoffen, dass ich jetzt... Genau. Hier war der... Der... Der Balkon. Ähm... Ich habe... Er hat geschossen. Der hat geschossen. der hat geschossen lauf forest lauf ja mit denen mit denen will ich mich jetzt nicht anlegen den bin ich vorhin auch aus dem weg gegangen ich möchte direkt moment bevor ich hier runter gehe möchte ich so dahin dahin hier ist glaube ich noch so genau super er hat mich genauso blöd erschrocken wie beim ersten mal naja ich bin wenigstens was das angeht konsequent ähm gott ähm wollen wir hier mal eben hab und essen dann wollen wir uns das knachen artefakt holen die fahrt nehmen wir mit da ist noch was dann muss ich gleich noch mal nach meiner aufnahmezeit gucken ja das mit meinem timer da muss ich mir noch angewöhnen da brauche ich eigentlich nur sagen hey sie riecht drauf ein timer ja so was haben wir hier hier ist noch ein buch da ist noch das elixier das können wir voll machen das mitnehmen sooo was sind wir hier so das ist der balkon ähm dann will ich jetzt wieder zurück zu dem da hinten hin zu dem typen da dunwall dunwall glaube ich so ich muss mal eben nach meinem timer gucken ok es sind jetzt 20 minuten 20 minuten ok hey 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 moment mir fällt grad auf warum zahl ich immer den ganzen whisky ach als maul du weißt doch dass ich nicht weiß welche münze wie viel wert ist schon peinlich das ist ja mal ne fadenscheinige ne fadenscheinige Erklärung vor allem in meinem ersten video habe ich den beiden nicht zugehört da bin ich weiter gelaufen ok der war nicht schlecht sooo was hat er hier gott dann gehen wir hier wieder da haben wir hier noch was da haben wir noch was sooo gesundheit ist wieder voll dann machen wir ihn hier so was ist das informationen über meinen vermissten Mann dann schieß los was zum teufel glaubst du so blöde ich bin's Crowley für den Fall dass du nicht zurück kommst du hattest recht jemand für deinen Tod will die Destillerie übernehmen die ganze bottelstreet gang kommst nie drauf wer es ist hat ja auch keinen schlimmer deshalb brauch dich so lange voll sicher gehen was ist das ach nein nein aaaaah Crowley ist tot schade war einer meiner besten Männer aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen nimm den Schlüssel hier ist nicht für die Golden Cat aber für den Captain's Chair ein verlassenes Hotel seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat geh die Treppe hoch und dann aufs Dach von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell siehste Slackshaw hält sich an Abmachungen fast wie die Männer die die Stadt regieren vielleicht ein bisschen besser denk drüber nach vielleicht können wir uns nochmal helfen ich kann die Pendletons für dich erledigen leise und ohne Mord aber du musst mir einen Gefallen tun Na ich weiß nicht ob ich ihm einen Gefallen tun will ich entscheide mich genauso wie vorhin nein danke ich mach mir meine Hände überschmutzig Na gut komm wieder wenn du es dir anders überlegst werde ich nicht so so dann mmmm lecker yummy ungesund siehts aus ungemacht Finger weg ok schon makaber ähm ja dann holen wir hier raus die Bottle Street ähm gut ich beende die Aufnahme hier und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder wenn euch das Video gefallen hat lasst mir ein Abo da Daumen nach oben nehme ich auch gerne freue ich mich riesig drüber Daumen nach unten ist auch schwer in Ordnung nur dann habe ich eben halt die Bitte bitte einmal in die Kommentare schreiben warum Daumen nach unten wenn ihr mir einfach nur einen Daumen nach unten gebt kann ich nichts damit anfangen immerhin mache ich die Videos für euch und nicht für mich ähm wenn euch irgendwas nicht gefällt und ihr mir nur den Daumen nach unten da rum gebt und mir aber nicht schreibt was dir nicht gefallen hat kann ich es auch nicht besser machen in diesem Sinne teilt das Video auf irgendwelchen anderen Plattformen Facebook, Twitter, was weiß ich was bis uns im nächsten Video haut rein bis dann Ciao